So, neues Spiel, neues Glück. Wir schauen mal. Wir schauen mal, wie bald wir heute kommen. Ah, uh, ich bin mit Pablo drin. Ich glaube, wir haben voll die Gute. Wer sind die Stink-Type? Oh, Gott. Ich folge mal den Stinker. Ich folge jetzt mal den Stinker hier. Die werden bestimmt gut zahlt. Ich mute mal alles. Ich habe immer Angst, dass die an irgendein Schmaler zeigen. Keiner verwendet bisher die Folgefunktion. Dann machen wir es ohne. Übrigens, killt mal in eurem, in eurem, wie heißt es, Taskmanager. In eurem Taskmanager. Killt da mal bitte den PUBG Launcher, nachdem das Spiel gestartet ist. Also das hier. Ich glaube, wir springen nicht raus. Ich glaube, wir wollen einfach rausspringen gehen. Okay, wir wollen es doch. Dann könnt ihr, dann ruckelt das Spiel weniger. Aber jetzt auch gleich mal hier noch. Taskmanager starten. Und dann geht ihr auf PUBG Launcher, Rechtsklick-Task beenden. Und ich bin der Meinung, vielleicht ist es Paranoia, vielleicht ist es ein Verschwörungsdrieg. Aber ich bin der Meinung, dass ich dann das Game, das das Game, um nicht mehr zu sehen war. Sieht so aus. We are alone. Bisher. Oh, 2.16. Jetzt was besseres? Oh, es geht schon ab. Wir machen mal alles, oder? Los geht's. Oh. Derby. I like. I like it until now. Die Mosen. Ne. Nehmen wir nicht. Dann waren wir schon runter. Wieso habe ich? Was mir jetzt gerade nicht gefällt ist, dass ich noch kein... Genau. Helm. Sehr gut. Hammer. Ries. Nehmen wir nicht, denn wir haben noch nicht genug Munition. 7, 6, 2. Haben wir auch nicht. Okay. Gut, weiter geht's. Runter, runter, runter. Da ist noch was. Schauen wir mal, vielleicht haben wir dann noch was Feines. Barrel. Passt's. Gut. Das sieht gut aus. Damit kann man erstmal leben. Ich brauche einen Extended Mag für die... Durbanov. Mit den 10 Schuss kann man nicht weiter. Jammer. Nein. Was ich auch noch gerne hätte wäre ein Helm. Da ist er. Ja, okay, passt. Gut. Moment, dass wir das was bringt. So, Kompi. Da waren wir schon. Kompi nehmen wir noch mit. Und dann... Sind wir da eigentlich ganz gut dran, oder? Victor. Kennte Zeit. Wir haben echt ultra viel Munition. Mit den Arschen ohne Ende. Kein Kompi. Schade. Auch Scope-mäßig sind wir echt noch... ...richtig schlecht ausgestattet. Äh, Light Rake. Kann ich nicht dran bauen. Okay, alles klar. Hm. Ich glaube, mir reicht einiges an. Ah, wir haben mögst uns die Pickup. Das ist gut. Wer ist das? Raider. Ich move da hin. Raider. Nur 16 Millisekunden pingen. Das ist eigentlich ziemlich schnell. Ich hab noch keinen Scope. Und den Scope brauchen wir hier gar nicht an. Doch. Okay. sehr gut passt okay wir kriegen es langsam 4er-Skopf naja geht so geht so hätte ich gerne Vision mehr hier ist grob jetzt nicht viel hätte ich gerne ein bisschen mehr 6er oder 8er was kommt raus ach wie geil landet es jetzt auf dem Dach bitte nicht ooh okay 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 Der stinker macht Okay, ich verstehe das Problem Die wollen Emergency Pickup machen Dann ist es so Bitte haut es noch nicht raus Na ja, probieren wir mal Also wie gesagt Schaut mal bei euch im Task Manager Ob ihr diesen Launcher killen könnt Der ist wirklich Der macht bei mir das Game ruckeliger Da ist es Ich bin hier hinterher Ich hab keine Ahnung Wollen die echt da rüber Okay, sehr gut Ja Let's go Okay, wir schaffen uns bis rüber Ich hoffe es Okay 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 Nee, der hat er ihn erwischt Wollt ihr mich verarschen? Ja, gut Wer hat die Granate hingeschmissen? Oh, ich bin in dem harten Team. Komm ich will wieder rauf. Wo ist denn das andere Team? Das ist unser Freund. Okay, unten sind noch welche. Gott, 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 Gott ist das nervig grad hier. Oh, wir haben es hier mit dem harten. Wir haben es hier mit dem harten. Markiert den Typen. Wir haben es hier mit dem harten. Wir haben es hier mit dem harten. Was macht ihr? Oh, meine Güte ist das krass. Ich finde es ja fast besser. Macht ja fast mehr Laune als im Sobo. Wir haben es hier mit dem harten. 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 Es gibt es hier mit dem harten. Was war? No, no, no! Oh, my God! Ich hab keine Monizomer. So ist es gut, oder? So machen wir es. Ich hab zuviel seit dem Abend. Wie sind die da hochgekommen? Hä, wie sind die da hochgekommen? Das überlebe ich nicht. Also hoffen Sie. Warte, при, wer. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Das war wirklich sehr seltsam Oh nein Oh nein Oh, ich habe meinen eigenen Body umgewamst Auf jeden Fall haben wir eine Schiene wieder drüben Boah, die sind ultra gut Meine Body sind ultra gut Oh, das ist gut Oh, das ist gut Oh, das ist gut Das ist gut Oh mein Gott Hä? Ist der hinter uns gelandet? Der ist hinter uns gelandet Aber war ein cooles Match Abgesehen vom Grimfall und Linder Das war nicht so gut Ansonsten haben wir uns lange ausgehalten Ich sage mal danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Ciao